Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Foundry. So, ich habe jetzt hier mal angefangen hier Teile abzugreifen und schon mal hier Förderbänderstufe 1 zu machen. Dann haben wir zumindest schon mal Förderbänderstufe 1, das ist doch auch schon mal schön. Dann könnte man hier, theoretisch wenn wir jetzt da rangehen und sagen hier geh du mal hier ran. Dann richtig machen wir, dann packen wir uns, wir haben hier nämlich auch noch so einen Verteiler, den packen wir uns auch, den nehmen wir mal hier mit drin. Würde sagen wir drehen den mal so in die Richtung, da kann man, okay da müssen zwei raus. Machen wir Z hier, du und du, ihr dürft da jetzt raus, dafür darfst du, hier, da, du darfst dafür da rein. Und dann gucken wir mal, ich glaube nämlich wir haben, ja wir haben da einen. Okay, da brauchen wir Platten und Teile. Also eigentlich brauchen wir viele Platten. So, gehen wir hier hin. Platte, Platte haben wir, zack, hier hin, da einen davon. Einen davon und den schließen wir dann hier an. Wenn wir ihn denn haben, wir sollten ihn haben. Wo ist unser, da ist es, unser Inventar. Da, was, wir haben da schon, wir haben da jetzt drei Stück von. Ist okay, dann haben wir da drei Stück von. Ist auch in Ordnung. Kann ich mit Leben. So, der muss dann hier einmal. Und dann müsste... Hm, das funktioniert gar nicht so, wie ich mir das erholt habe. Hm, naja, egal. So, hier, äh, tu mal, tu mal hier, nein, falsch. Bitte nicht, sondern wieder, jawohl. Ähm, hier. Ab hier und dann, ja. Und dann dachtest du, ne? Warum baue ich die eigentlich mit der Hand, wenn ich da vorne 100 Stück Fliegen habe? So, dann haben wir das als Intake, wir haben das als Intake. Und dann können wir hier mal hingehen und können sagen, hier, äh, bau das. Ja? Okay, haben wir, haben wir, haben wir. Okay. Dann haust du da Städtchen durch. Du haust da Platten noch rein. Und dann werden hier immer, immer so ein paar von gemacht. Aber auch mal ganz schön. Ist doch auch mal ganz schön. Und dann könnte man hier... Ja, sehe ich, sehe ich jetzt gerade irgendwie nicht, ne? So gerade aufgrund von Scheißpassproblemen und so. Äh. Obwohl. Obwohl, interessant wäre das jetzt schon. Ob das, ob das gehen würde. So, so, so. Oh, ich bin... Ich, ich, es tut mir leid. Ich muss das jetzt ausprobieren. Einfach nur aus Interesse. Das hilft mir ja eh nichts, weil ich muss ja wieder hier rüber, obwohl es... Totaler Bullpop ist. Also hier oben. Ja, egal. Wurst. Wurst. Wir müssen... Das ist... Eigentlich kannst du die ganze... Egal, egal. Ich ignoriere es. Ignoriere es. Da gehen jetzt auf alle Fälle die Platten ganz ordentlich raus. Ja. Da könnte man ja fast schon wieder hier hinten, ne? Eins, zwei, drei. Da könnte man ja hier fast den vierten schon hinbauen. Ja. Naja. Naja, naja, naja. So. Wir haben auf alle Fälle den hier. Du machst uns Maschinenteile. Du machst uns Förderbänder. Du machst uns diese wundervollen Platten. Und du drehst dich jetzt erstmal in meine Richtung. So. Okay. Wir fangen also an. Und zwar. Wir brauchen da einen. Und wir brauchen... Da einen. Und dann brauchen wir da tatsächlich nochmal mindestens einen. Und da brauchen wir auch noch ein paar. Und da auch. Hm? So. Okay. Also. Wir brauchen da jetzt einen normalen. Wo ist ein normaler? Wir haben die normalen doch auch. Hier sind die normalen. Zack. Also. Hier. Komm her. Komm her. Wo bist du? Auf der drei bist du. Hier. Da wird abgenommen. Da wird abgenommen. Okay. Das bedeutet. Hier wird abgenommen. Und hier wird abgenommen. So. Dann hier auf den da. Drehe. Rüber. Unten durch. Du. Hier hin. Und das bedeutet wiederum. Du bist ein Output. Und du bist auch ein Output. Ja. Dann kommen hier die Förderbänder. Und da wollen wir das da. Das wollen wir haben. Haben wir. Und dann wollen wir hier. Und dann hätten wir eigentlich gerne wieder Förderbänder. Ob wir die. Ob wir uns die da rausstippitzen können. Ja. Definitiv. Definitiv können wir uns die da rausstippitzen. So. Dann einmal hier. Dann einmal hier. Dann einmal. Verdammte Axt. Okay. Genau das sollte ja eigentlich nicht passieren. Okay. Dann geht das so nicht. Dann passt es. Hier. Nein. Da. Da. Jetzt. Wir drehen es. Ja. Und dann ist es egal. Ob man das mit einem langen oder mit einem kurzen macht. Dann ist es egal. Ob man es mit einem langen oder mit einem kurzen macht. Ja. Kann man. Hier lang. Hier. Hier. Äh. Nein. Gut. Nee. Lass das doch. Ja. Nee. Egal. Egal. Wo ist es? Da ist es. Hier rüber. Hier. Einen. Zwei. Dann. Gucken. Da muss der noch irgendwo. Da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Äh. Mach das mal hier. Da noch ein. Zwei von. Sehr schön. Zack. Dann. Drehe. Aber bitte nach oben. Doch. Dann. Hier bitte. Ja. Dann. Hier bitte eigentlich nach unten. Ne. Weil. Das. Das da brauchen wir. Das wollen wir haben. Jawohl. Bitte hier. Dann. Bitte. Nach unten. Und dann. Bitte. Geh. Dreht. Richtig. Und dann. Hier. Hier. Und natürlich falsch. Warum auch nicht. Warum auch nicht. Warum. 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 Auch nicht. Hier hin. So. So. Und dann. So. Und dann. Bist du. Ein. Ausgang. Und dann. Kommen da schon. Die ersten. Hier wieder. Ange. Angeflogen. Möchte man. Möchte man. Beinahe sagen. Und dann. Das ist ein Intake. Und dann. Sieht das. Unglaublich lustig aus. An der Stelle. Und. Unglaublich. Falsch. So. Aber. Halbwegs. Kompakt. Gebaut. Aber. Wir haben keine Forschung. Aktiv. Wenn wir jetzt. Dahin gehen. Was kriegen wir denn dann? So. Tür einzeln. Bräuchte man ja auch. Inventar. Hier. Montierer 2. Hm. Wissenschaftspakete 2. Haben wir noch gar keinen. Davon brauchen wir auch. Wissenschaftspakete 2. Ich bin am überlegen. Ob das nicht die intelligentere Variante wäre. Ich weiß es natürlich nicht. Der Aufzug wäre natürlich auch toll. Weil ich habe mir sagen lassen. Unterirdisch. Gibt es. Bessere Sachen. Zum Beispiel sowas. Ne. Patenscan Technum. Klingt schon toll. Forschungslabor 3. Brauchen wir jetzt nie. Wir sind gerade mal mit 2. Ja. Fertig geworden. Der hier. Der wäre. Ich glaube der wäre es schon. Oder? Was macht das? Höhere Drohnen. Frachtkapazität. Und Mininggeschwindigkeit. Das klingt halt Bombe. Ich würde sagen. Da fangen wir mit an. Das braucht auch am meisten. Ja. Ja. Hervorragend. So. Der ist leer. Das bedeutet. Den können wir eigentlich auch direkt wieder wegreißen. Einer. Zwei. Drei. Dann hätte man da auch ein gutes Stück näher rangekommen. Aber hey. Warum? Sollte man. Sieht aber okay aus. Das ist ja lustig. Nur mit anderen Farben. Haha. Witzig. So. Ist das hier. Weil das an sich so lange dauert. Oder? Ja. Ich denke schon. Okay. 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 Ähm. Wenn es eine. Schickere Möglichkeit dafür gibt. Dann könnte man die ja. Irgendwie anders bauen. Ich wüsste jetzt tatsächlich gerade nur nicht wie. Aber vielleicht kommt mir da irgendwas mal in den Sinn. Ich denke. Ich denke. Ich denke das dem so sein wird. Aber es bedeutet halt immer wieder warten. Das ist halt. Obwohl wir könnten ja mal. Wartet mal. Wir können ja hier noch. Hier können wir bauen. Was machen wir? Einen. Zwei. Dann haben wir relativ. Viel von Geschwindigkeit. Kannst du mal bitte das aus meinem Gesicht nehmen. Dankeschön. Hier hin. Ich möchte dann bitte. Wo sind meine Wege? Da sind meine Wege. Die hätte ich bitte gerne wieder da. Wo sie hingehören. Entschuldigung. Jetzt knackt es uns. Quietscht es gleich. So. Haben wir. Hier. Drei raus. Hier. So. Und dann. Hier lang. Geht es dir. Hier ne. Auch noch nicht ganz. Aber jetzt. Aber jetzt haben wir es. Hier. Da haben wir das. Da haben wir das. Da haben wir das. Wir sollten vielleicht mal. Hier. Wir tauschen mal. So. Umgemünzt. Umgemünzt. Das ist hervorragend. Ja. Ja. Ne. Macht es jetzt auch nicht wirklich besser. So hin. So her. So her. Der geht rein. Der geht rein. Der geht. Okay. Dann ist es vollkommen egal. In welche Richtung wir das machen. Oder? Eigentlich. Eigentlich schon. So. Wir gehen mal hier hin. Dann machen wir das so. Dann gehen wir hier hin. den Ausbruch hier. Ja. Ich denke schon, dass das funktioniert. Dann gehen wir hier her. Dann bitte den. Getauscht mit dem da. Einmal so rum. Ja, bitte, bitte nicht. So ist ganz gut. Dann. Hier die. Ach. Einmal so. Und einmal so. Ja. Hervorragend. Dann läuft das. Würde ich mal sagen, dass das dann läuft. Wie sieht es hier aus? Da sind auch schon tausend drin. Wow. Granios. Da können wir auch mal wieder was reinschmeißen. Wie sieht es hier hinten aus? Kurz bevor die Energie weg ist. 82. Das ist. Das ist nicht gut. Oh, was haben wir hier? Induktionsschmelzanlage. Aha. Okay. Erfordert Fundament. Geh doch mal. Geh doch mal hier hin. Und dann geh doch mal da hin. Jetzt schauen wir mal, ob da überhaupt noch Platten da sind. So wie wir die gerade rausrotzen. Ja. Nicht wirklich. Da müsste auch Nummer 4 hin. So. Wir hauen nochmal eine Induktionsschmelze durch. So. Hier in die Richtung. 1, 2, 3. Ja. Hier 4, ne? Ähm. Ja. Okay. Hätten wir so. Hätten wir so. Hätten wir so. Hätten wir so, ne? Ähm. Wollen wir das so oder wollen wir das... Ich würde es gerne... Ich würde es tatsächlich gerne so hinstellen. Mach mal. Dann hier. Hier und dann bitte hierher. So rum. So rum. Und dann. So rum. Und zu wenig. Und natürlich zu wenig. Aber kein Problem. Wir haben ja hier. Und dann können wir gleich. Drei Stück, ne? Zwo. Und... Und da haben wir es. Sehr schön. Dann läuft da was. Dann hoffen wir zumindest, dass da was läuft. Okay. Da läuft mal wieder so eins. Hier, mach mal. Mach einfach mal ein paar davon. Die müssen. Hui. Geht's hier aus? Können wir hier nicht auch? Eins, zwei, drei. Komm, hau nochmal drei raus. Läuft. Kann man machen. Dann haben wir den hier. So, und wenn wir den jetzt hinstellen, was können wir dann damit machen? Was kannst du? Okay, du kannst Stahl mit Xenopherit und Ignium. Ich weiß auch nicht mal, wo ich Ignium finde. Danke. Schön, dass wir uns... Schön, dass wir uns unterhalten haben. Sehr, sehr nett. Okay, das muss hier also durchlaufen, rüber. Eigentlich müssen wir das alles irgendwo nochmal zwischenspeichern und dann... Das wäre, glaube ich, am intelligentesten, ne? Das wäre wahrscheinlich am intelligentesten. Beziehungsweise... Nee, können wir nicht, ne? Nee, können wir nicht. Nee, nee, es... Das ist Blödsinn. Obwohl, warte mal. Ja, es... Nee, funktioniert nicht. Schade. Funktioniert nicht. Schade. Aber wenn wir hier... Warte mal, warte mal, warte mal. Mal ganz ruhig, jung, wa? So, hier und dann, äh... Gib mir mal den da und dann geh mal hier hin und mach da bitte nochmal ein paar und dann... Glatt steh'n da mal rein und geh' hier hin und nicht so, sondern so. Und zwar so. Und dann bitte hier einmal ab und dann einmal... Mal hier, nein, hier. Drehe er. Äh, da haben wir... Ja, hier, äh... Kannst du die mal raus tun? Dankeschön. So. Dann können... Kann der hier weiterfahren? Und hier... Können wir nochmal einen reinsetzen. Mhm, 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 mhm. Okay. Ähm... Mach mal den hier weg. Dann... Den, den und den. Geh' mal da drauf. Geht das überhaupt... Nee, eigentlich geht das nicht. Shit. Okay, mach den. So. Machen, machen was anderes. Wir... Das haut einfach nicht hin. Das haut einfach auch platztechnisch nicht hin, ne? So, hier. Nein. Er müsste hier hin. Aber so. Ähm... Dann so. So. Richtig. Richtig. Und zwar... Und zwar... Und zwar müsstest du... Wo sind wir? Da sind wir. Ähm... Hier her. Hier. Dann... Hier. Da sind wieder keine da, ne? Ja, war ja klar. Hier. Mach doch da mal ein paar von. Bitte. Danke. Hallo? Hallo, hallo? Der ist aber noch mit denen beschäftigt. Mach die weg. Mach die weg. Mach die weg. Mach die jetzt ab. Und dann bitte einmal nach oben. Und bitte einmal nach unten. Und hier bitte auch einmal nach unten. Und... Hier nach unten. Und... Hallo? Könntest du bitte? Und... Hier nach unten. Ja, ja, ungültige Verbindung. Alles gut. Läuft. Warum ungültige Verbindung? Ach, weil der da unten drin, ne? Ja, 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 ja. Hier. So. Und dann... Ähm... Da ist er. So. Jetzt ist es eine gültige Verbindung. Und das funktioniert nicht, ne? Nein. All bescheuert eigentlich. Guck mal da einen her. Oder geht das? Nee. Keine Frage. Ach, fuck. Ach, verdammt. Ich... So. Hier. Hier. Dann. Hier. Hier. Jawohl. Und... Hier. 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 So. Nach oben. In diese Richtung. Jawohl. Dann... Ähm... Mit... Diesen Gerätschaften... Ja, auch einmal... Und mach mal. Wow. Äh... Nope. Das geht nicht. Da hat er Quatsch erzählt, ne? Da, Mensch. Da hat er... So. Hier, ne? Dann hier. Dann passt das. Dann passt das. Dann... Kann man hier rüber. Hier rum. Hier. Jawohl. Und dann kann man... Wenn man das... Kann. Kann man hier. Könntest du bitte mal da oben... Danke. So. Äh... Falsch. Hier. Der ist es. Ne? Und dann bitte. Na, dann geht der da raus. Dann haben wir den auf der Seite. Du bist aber dann halt auch kein... Halalala. Du bist halt dann auch rausgegangen, ne? Und dann müsstest du... Ich bin so froh, dass... Dass ich das alles so... Total easy und lässig, ne? Ihr auch, oder? Ihr bestimmt auch. Halt. Das ist ein Output. Das ist falsch. Verdammte Akte. Output. Dann muss dann... Ach... Und dann müsste hier so einer... Ähm... Ne, 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 ne. So, ne? Aber... Würde das so funktionieren? Müsste der da überhaupt rein? Die nächste Frage. Der muss ja da gar nicht rein. Mensch, so doof möchte ich ja nicht sein. Oh, Leute. Ich glaube, da habe ich ein bisschen länger zu überlegen. Aber wenn ich es geschafft habe, dann... Mensch, wie kann man nur so doof sein, ne? Mensch, wie kann man nur so doof sein? Ich glaube, ich brauche einfach mehr Platz. Ich mache mir dann hier hinten noch ein paar... Quadratkilometer und dann kriegen wir das hin, oder? Was meint ihr? Ich glaube, das ist eine super Idee. Wir haben ja auch noch ordentlich Stäbchen und, äh... Hier Platten müssten noch ein paar da sein. Ja, nicht mehr die Welt, aber ein paar sind noch da. Hervorragend. Ich glaube, so machen wir das. Das bedeutet, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin. Oh, man kommt hier sogar hoch. Und ciao.